Ja, bitte. Grüß Gott. Ist die Lisa schon fertig? Ah, der junge Mann, der meine Tochter ausführen will. Soll er mal erzählen? Wer ist er? Was kann er? Was hat er für Zukunftspläne? Also, ich bin 16 und lerne Zimmerer. Zweites Lehrjahr. Eine Lehre? Sehr gescheit. Viel Spaß heute Abend.